Hallo, ich bin Thomas Schwarzer, Omega Health Coach aus Heilbonn. Weiter geht's mit Teil 11 unseres Kurses Emotionale Fitness. Heute geht's weiter mit dem nächsten Meridian an unseren Händen, und zwar mit dem Zeigefinger. Da sitzt der Dickdarm-Meridian, und zwar der Starrsinn. Ja, starten wir gleich. Wir hauen wieder die beiden Endpunkte aneinander. Die sitzen auf dem Zeigefinger zum Daumengewand. Alle Meridiane, die jetzt kommen, sind die einzelnen Finger, und der Meridianpunkt ist immer neben dem Nagelfalz zum Daumengewand. Okay. Ich liebe und akzeptiere mich mit meinem Starrsinn. Auf der tiefsten Ebene und vom ersten Mal, als ich diesen Starrsinn je erlebt und nicht verarbeitet habe. Ich lasse diesen Starrsinn jetzt vollständig, zu 100% und für immer los, und ersetze ihn durch Flexibilität und Kreativität. So, das war's auch schon für heute. Wie immer, wer eine Anleitung möchte, schicke ich gerne eine schöne Anleitung mit den Affirmationen, den Meridianpunkten. Schickt mir einfach eine E-Mail an thomas.schwarzer at omega-coach.de Morgen geht's weiter, dritter Advent, wieder mit einem kleinen Special. Ich verrate nur nicht genau, was. Ich sag nur, es ist ein goldenes Dreieck, und ihr werdet das, was ihr bisher schon gelernt habt, in einem Dreieck zusammenfinden für einen Bereich, der euch ein ganzes Stück weiter bringt. Bis dahin wünsche ich viel Spaß, und bis morgen. Ciao.